Ich bin der Mook, der Mook Tee. Ich bin seit 20 Jahren oder seit 23 Jahren der Anwälter oder der Demoleiter, je nachdem. Und ich mache zusammen mit dem Trauma eben die Fuckbraid. Wir machen beide zusammen Presse. Wir gehen vor Gericht, wenn es sein muss. Wir unterhalten uns mit den Anwälten, mit der Polizei. Und ja, ich bin der Fuckbraid, einer der beiden oder der drei Fuckbraid-Opas hier, sage ich mal. Und so you guys know, we have a CD. It's eight songs. Only seven euros. I mean, it's eight songs. Only seven euros. That music is one free. One, oh, one, three. I mean, we all like free, right? Yeah, jetzt sind wir hier auf der 25. Fuckbraid, die eigentlich die 27. Fuckbraid ist, aber Corona-bedingt mussten wir ja zwei Jahre Pause machen. Und wir sind wieder auf der Straße, wie jedes Jahr, für Gegengentrifizierung, für den Erhalt der Subkultur und der Clubs in Berlin. In Berlin-Mitte vor allem, weil wir wollen ja nicht in die Randbezirke verdrängt werden. Sechs Wagen. Ist nicht so viel, ist nicht so wenig. Gerade richtig. Wir haben acht Redner, glaube ich. Das ist auch perfekt. Und die kommen aus allen möglichen Ecken. Und, äh... Wie geht los? Du musst so machen. Ja. Ja. Musik 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017